Ich bin ein Haus, in mir ist es dunkel, mein Bewusstsein ist ein einsames Licht, eine Kerze im Luftzug, alles andere liegt im Schatten. Aber sie sind da, die anderen Zimmer, Nischen, Gänge, Treppen, Türen und alles was darin wohnt, alles was darin wandelt, es ist da. Es lebt in diesem Haus, das ich bin, verbotene Gedanken, Erinnerungen, die wir nicht im Licht sehen wollen, sie tanzen um uns herum in der Dunkelheit, sie spuken, sie flüstern, sie machen uns Angst, sie machen uns krank, sie machen uns hysterisch. Danke, Herr. Ich bin, verbotene Gedanken. Herzlichen Dank.